von Dietrich Sieg jetzt hat er ziemlich scheiße so geht weiter es ist in der Medi ist ganz lustig endlich ich nehme jetzt Moni mit ne? ich nehme jetzt so ein Special-Item mit das heißt Damage Ampli-4 wenn ich auch mit dem und auch mit dem das ist so ein Speicherer wenn jeder der Mensch Aura ich denke das ist eine Aura also ich denke mal das ist besser wenn einer den hat ja außer ich ich nehme ich nimmt zu bei mir ist du den jetzt Officer dann nehme ich okay dann nehme ich in anderen Sonnen und also Moni habe ich jetzt auch mit ne? es scheint wohl im nächsten Level zu regnen und zu donnern alles klar ja ich weiß auch schon ready nix ja ready die so los geht's los geht's auf dem Lerbe und es mehr technisch mit technischen die Welt Moment ja ich werde ich werde gebraucht wird er muss am Start sein so sehr nicht so genutzt wird die Waffe wird es ja die im Gegenteil okay kann losgehen okay muss man mal reisen okay was ist ein Handwelder das ist jetzt die Wurscht das ist ein Schweißgerät das muss man bald haben vorhin braucht man das zum Beispiel aber ich liege auf dem Boden sowieso Boah Boah Roll to Award Projektteils ahja die Projekt bla 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 wenn wir jetzt hier geschossen oder was das sieht wohl so aus ja Boah Boah Alter die geht da direkt los toll oh in die falsche Richtung geschlagen okay wir müssen wir müssen weiter wir müssen weiter ja lass oben lang gehen ihr müsst nach Medik schreien wie gesagt ne wenn ihr zu knapp seid wo aber jetzt kommt 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 wie ist das schon durchlaufen ja ich bin grad ein bisschen ich muss mal kurz Medik oh oh er ist ja aber auch nicht am Ende ja ich hab gerade perfekt ist es schön ist schön aber ich bin von den Gliedern aber kommen sie von den Titel ja das nicht ja das stimmt ja das stimmt die Füße natürliche wo wo er geht Projekt jetzt er ist ja schon wenn ich für die Kurschießen davon um ich weiß gar nicht warum ich gerade auf die geschossen habe, keine Ahnung. Camo Rames, ich habe auch ein bisschen Ewig gehabt in Alien, muss man sagen. Aua. Ja, wo müssen wir... Ach ja. Hier geht's lang. Hier geht's auch rein. Ja, ist egal. Hier ist eine Konsole, deswegen brauchen wir auch einen Hacker. Jetzt muss ich wieder Rohre verlegen, diesmal 3, dann kommt das vorher nur 2. Also... Oh! Alter! Achtung, hier sind Leute, ich werde angegriffen von Aliens, werde ich hacken. Ist offen. Ich habe gehackt. Jo. Irgendwann muss jetzt offen sein. Alter! Boah! Was ist denn hier los? Krass. Okay. Sollen wir lang? Hier unten bestimmt, wa? Nee. Ich glaube hier lang müssen wir, oder? Ach, wir müssen bestimmt oben weiter lang. Ja, raus müssen wir, ja. Jetzt wird hier langsam zu voller, dann lass mal raus. Komm mal nochmal hier rin! Wohin wollte er so, Heilung, ja. Ja, da draußen ist so ein Vollposten. Ja, komm, wie... Ja, schön. Der wirft die zwischen den Dingen. Ah! Kommt ja, kommt ja, ich hab... Okay, die Politiker sind echt scheiße. Ohne Scheiße. Okay. Die Politiker machen so einen Schaden. Okay. So, wo müssen wir lang? Moni, wie wär's mit Moni? Hat die immer immer kurz rum? Ja, die kann ich reinhauen, kann ich reinhauen, kann ich reinhauen. Okay, du willst. Okay, du willst. So, ich hab voll. Habt ihr? Jo. Okay, lass weiter. Alles klar. Ich weiß nicht, muss lang gehen, ne? Da, die Fischer. Ah, hier, dann, ja. Ja, die schießen und die Dinger tun echt weh. Und die nerven, die... Und die nerven, die... Und dann wird man so komisch zurückgeschlagen, so. Lyrics? Ja, ne, Tünen ist da unten. Komme. Geh du in die Mitte. Wow. Der kam gerade aus... irgendwo... Der kam gerade rübergesprungen, ey. Ja. Okay, ich muss wieder hacken, ums wieder... Nee, einfach nur aktivieren. Ah, ne. Einfach nur rüber, ja. Laufen, laufen, laufen. Äh, activate panel. Ich hab... Wow. Alter. Get to the colony reaction. Yes, slow motion. Komm, homo dance, homo dance, homo dance. es wird da hat er dann erstellig der Wettel der Fett der Wettbewerb ich habe alle anderen Hau und sich hoch meist werden das Ding so dass sie es noch kurz halten ist noch kurz ein mehr noch hoch Prozent zu dem Haus so gut ich habe nur noch zwei MediPacks also könnte eventuell langsam knapp werden, wenn jetzt noch sehr viel kommt. Wie lege ich nochmal diese Aura? Die legt man? Ja, wie legt ihr denn die? Ich habe noch gar keine gelegt. Kommt ihr mit? Ihr legt doch immer diese Ammo und hier. Ja, wenn ich sie in der Hand habe, dann scrollen einfach. Wenn ich sie in der Hand habe, dann einfach linke Maustaste. Ja, aber ich habe das nicht. Ich kann das nicht in die Hand nehmen. Das ist eine Aura. Hier ist nochmal Ammo. Nicht von mir, die liegt hier schon. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, weiter. Ah, hier ist eine Konsole, die muss ich wieder hacken. Wieder Rohre. Was ist denn das? Das ist so ein Flugobjekt. Flugobjekt? Kann losgehen. Leiden ist eine Tür, ist offen, glaube ich. Ach so, hier. Ah, jetzt. Jetzt beobachtet Fische uns, oder was? Da kommt ganz so viel, die Moms. Gerade reingehauen. Ach, das Raumschiff hilft uns. Ja, ist ganz geil. Okay, nicht nach hinten gucken. Einfach immer nach vorne. Anni, lass mal auf das Raumschiffen mal warten. Wow. Okay, ich muss nachladen. Achtung, jetzt kommt jetzt auch Projektiliener. So aufpassen. Hast du ganz schlussend mehr? Ja, egal, passt. Ich hab zweit. Ich liege in den Munitionen. Oh, scheiße, was hat man dicker? Fuck. Ach, scheiße. Ja. Fertig, hier, da Munitionen nimmt. Ach, das dick ist da. Oh, noch so vieles. Oh, ich muss nachladen. Scheiße, scheiße. Oh, nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot, weil ich vom fetten. Nee, ich noch nicht ganz. Scheiße, Leute. Jetzt kannst du es vergessen. Ah, kacke. Komm, Twin, lauf! Lauf, Twin! Ich mach das Spiel jetzt auch. Oh, Gott. Lauf einfach, egal ob das Raum schon langsamer ist. Nein, 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 das war der letzte. Ich hab's glaube ich geschafft, das ist der letzte Warp gewesen, glaube ich. Und? Der hat schon gesagt, ich nehm euch mit. Der hat gesagt, ja, Leute, komm mit. Ja, ist jetzt scheiße. Ey, so weit schon. Da steht übrigens auch, welche Waffe ihr als nächstes anlockt. Das ist ganz geil. Wo stehen wir das? Ich hätte jetzt Tesla-Kanone. Ich hab ein Hornet Barrage oder sowas ähnliches. Da ist irgendwie so eine Kiste. Wir sind guck, guck mal, wo wir waren. Wir sind fast am Ende. Dann wieder. Ey, komm, denn. Wo war ein Lars? Am am sinnvollsten wärst du eigentlich, wenn wir da einfach nur vorrennen, oder? Ja. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, man muss da einfach vorrennen, weil das Raumschiff muss einmal ja auch helfen. Machen wir ready, Lyrics. Aber ich kann nur so. Das ist ein Scheiß.